Ja, auf und auf und auf geh. Das Blöde ist, jetzt kann ich nicht mehr so spulen. Da und? Hallo Freunde, ich bin's. Oh. Gut hierher. Der hat besonderer Neues Himmel und seine Vorteile. Sojour�, Sushi will ich immer kungen, was. Pass auf, ein Speierpunkt, ja dumme Speiern. Gut, beim nächsten Mal fangen wir hier an. Brünzlein, nicht hier unten aufstehen. Pass auf, jetzt glaub ich, gibt's da noch was am Abraum, oder? Pass auf, wo du erinnert. Pass auf, wo du erinnert. So, warte mal, Marsch drück, komm ich da rein, ein kleines Geheimnis. Was? Das war's für heute. Nein, nicht oben, auch für mich dich. Ja, bin wieder in die Grappe. Jetzt sause ich. Wo sause ich denn hin? Achso. Heilung? Au, brauch ich auch nicht. Komischerweise. Ja, das Blöde ist, ich bekomme nicht Drucksprünge. Jeder Fälle ist tödlich. Oh, stimmt aber nicht. Ja, jetzt verliert der Mais. Wieder mal ein ungünstiger Zeitpunkt. Nein. Wobei. Geht es wahr. Ja. So, wie schaut du aus? Na, Rum? Nein. Geht rein. Aha, tut er. Die Herrschaften. Wie schaut denn aus? Geht mir, bis er aufsteht. Verbraucht nicht den gesamten Sand. Oh. Die Schweinerei. Hey. Geht das? So geht wo's. So, wenn's immer gewinnen wird. Oh. Ja. Und der muss ja jemanden werden. Au. Uu. Wann, der muss nicht ärgern werden. Aaaaah. Ahaaaah. Pass auf. Ein Spiegerpunkt und… Ein bisschen wusser. Gut, beim nächsten Mal fangen wir hier an. Okay Leute, gut 90% haben wir, gell? Besser, jetzt muss ich wieder springen, wie ein Rindviech. Nein Prinz, damit muss ich. Ja, wo ist auch denn? Da Umi? So, wir sind jetzt schon da Dinge. Da rundum? Nein. So sind wir. Ja, grüßt gut. Das war der sehr geehrte Herr Wandsprung. Oh, schaut aus. Wollt ihr hier schleichen? Nein, so nicht hier. Ja, das war der Gitz. Wo hier? Äh so? Das ist Plaggeister, das ist schon wieder du. Scheiße. Ja gut. Nein, nein, nein. Okay fix, der wird den Kram vervormuchen. Oh, gut ein bisschen dauern. Wow, guter Weg. Da sollte man vielleicht nicht so oft scheitern, weil so meine wird lästig. Nein, Prinz. Und die muss ich. Ich glaub, die könnten ein Problem werden, die Viecher. Okay. Okay, Manns. Okay, Leute. Das haben wir schon wieder. Nein, Prinz. Bitte nicht. Okay. 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 Dann krieg ich nichts mehr. Ja, Mann. Wie schaut das mit dem Speichelpunkt her? Ja. 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 Jetzt bin ich da wahrscheinlich. Ja, na hohe, Mutter. Mit so ein Stück zu machen? Ja, Manns. Ja, Mann. Ja, Manns. Ja, Manns. Ja, Manns. Na, das war das. Ja, Manns. Nichts. Ja, Manns. Oh, das ist echt schon. Doch jeder will natürlich. Ja, pass auf. Aha. Oh, gut. Die Tournummer. Mit der Nummer Dritte dann bei der Olympiade auf. Nein. Nein. So, wohin? Oh, nach unten? Scheiße. Ja, Prinz. Achso. Ja, gut. Wahrscheinlich mit dem Wandsprung, oder? Geht das? Was ist denn? Ja, jetzt habe ich scheitern, da bin ich fortgegangen. Hey, Fix. Geht's weg. Moment, ein bisschen schlägt. Oh. Oh Gott. Guck, kommen Sie an, da ja. Wobei, geht eigentlich eh. Mit dem Säbel. Der Säbel der Vergeltung. Oh. Vorsicht. Oh, und jetzt? Und der Lange sind die Speierpunkt. Beide auf, komm gleich. Wo waren die? Ja, Speierpunkt. Ja, da ist er nicht. Ja, da ist er. Gut. Beim nächsten Mal fangen wir hier an. Ja, da ist er. Gut. Ja. Ja, da ist er.